Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaktion wieder auf dem Kanal CasIncredible und endlich ist wer dabei? El Hikaru! Genau und wir gucken uns das neue Lied von der serbischen Sängerin Dresk Vica an. Zu der Sängerin haben wir schon einige Reactions gemacht zusammen und sie hat ein Lied rausgebracht Was heißt Losha? Losha heißt eigentlich Böse, wenn ich mich nicht täusche. Mal gucken, was denn Böse ist. In den deutschen Trends auf Platz 21. Mal gucken. Also die Kombination mit Böse und sie und... Sie hat eine tolle Stimme, eins meiner Favoriten. Ja. Also es kann nur gut werden. So wie? So wie? ... Ohhhhh Ich also bin Schlag, aber es fing richtig böse an. Geile Haufe Ich geƳne hoch. Ja, das stimmt. Oh die Augen. S.... Und diese Balkan-Rumpumente. Oha, so richtig geile Stiles. Richtig schön anzuschauen. Ja. In dieser Part gefällt mir meistens so. Ich werde schon direkt orientalisch auf. Ach so, es ist ein bisschen süß. Ja genau. Oh. Okay. Vielleicht so ist es nachts. Das Böde taucht auf. Das Böde taucht auf. Das Böde taucht auf. Das Böde taucht auf. Ja. Wie du siehst? Oh. Ja, das war ein sehr schönes Gericht. Ach, das war's schon. Jetzt schon? Es ging mir voll schnell um irgendwie. Es ging nicht schnell um. Kurz und knackig. Schreibt gerne eure Meinung zu dem liebsten Video in den Kommentaren. Wie hat euch das neue Lied von Brespeza gefallen? Sieht echt toll aus. Nices Video, nices Lied. Und ja. Falls euch die Reaktion gefallen hat, lass ein Like da. Vergiss nicht ein Abo da zu lassen für mehr Balkan Reaction. Danke schön fürs Zuschauen. Stay safe, stay happy und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüssi gute Jahre. Macht was in себя. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.